Berichten zufolge riefen Prinz Harry und Meghan Markle König Charles an seinem Geburtstag an, was einige königliche Beobachter als potenziellen Olivenzweig betrachteten, während andere eine zynischere Meinung vertraten. Widersprüchliche Berichte deuten darauf hin, dass Prinz Harry und Meghan Markle möglicherweise König Charles an seinem Geburtstag angerufen haben, was einige königliche Beobachter als potenziellen Olivenzweig inmitten einer seit langem andauernden Spaltung in der königlichen Familie ansehen. Es wurde jedoch eine andere, versteckte Absicht vorgeschlagen. Die Sussexes haben es auf das Geld des Königs abgesehen. Der getrennt lebende Herzog und die Herzogin von Sussex sollen den Anruf anlässlich des 75. Geburtstags des Königs getätigt haben, bei dem Meghan dem Monarchen ein Video zeigte, auf dem Prinz Archie und Prinzessin Lilibet zu sehen sind, wie sie ihrem Großvater, Happy Birthday, singen. Aber Richard Eden, Herausgeber des Daily Mail Diary, behauptete, der Anruf sei tatsächlich ein verzweifelter Versuch gewesen, wieder in die königliche Familie zurückzukehren, und zwar wegen des Geldes, das einer Versöhnung folgen könnte. Er meinte, wir sprechen hier von zwei Datenschutzaktivisten, wenn es um die Privatsphäre anderer Menschen geht, wir verstehen die Details. Am Donnerstag fügt er im Males Palace Confidential hinzu. Für mich riecht es nach Verzweiflung, nach dem Wunsch von Harry und Meghan, wieder in die königliche Familie zurückzukehren. Herr Eden fuhr fort. Wir sehen keine Videos mehr, in denen Meghan Clips an ihren eigenen Vater schickt. Aber wenn es um den König geht, tun sie das. Sie scheinen sehr daran interessiert zu sein, ihre königliche Verbindung aufrecht zu erhalten. Das ist lukrativ. Er verwies auf einen Bericht im Telegraph, der behauptete, eine detaillierte Zusammenfassung des angeblichen Anrufs erhalten zu haben, wonach Prinz Harry und König Charles nächste Woche zu einem weiteren Gespräch anstehen würden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017